Musik 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 Schönen guten Tag, wir sind tatsächlich eine beauftragte Sondereinheit. Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Wir haben einen US-amerikanischen Promi heute bei uns. Das ist nicht meine Assistentin Cati, sondern tatsächlich eine extrem bekannte und prominente Persönlichkeit, die wir heute... Marc, Gesicht, Gesicht verdecken. Und wir ziehen das jetzt hier eiskalt durch. Cati ist ab jetzt prominent. Viel Spaß bei diesem Video. Komm, einmal rüber, einmal rüber. Einmal rüber. Einmal rüber. Alles klar. Hier auf Bürgersteig. Bürgersteig links rüber, bitte. Vorsicht, Garage ist nicht richtig zu. Vorsicht. Wir gehen nach links, Ehrenstraße. Musik Musik Lass so einer Schlange einfach vorgehen. Kurz, sorry. Könntest du einmal ganz kurz zur Seite? Sorry, sorry. Alles gut. Nicht weiter. Alles in Ordnung hier. Entschuldigung. Entschuldigung. Dankeschön. Einmal kurz Platz machen, bitte. Entschuldigung. Danke, danke. Hier, keine Fotos. Keine Fotos machen. Hey, hey, hey. Handy weg. Handy weg. Handy weg. Handy weg. Hier wird nicht gefilmt. Hier wird nicht gefilmt. Hier wird nicht gefilmt. Mach dir das Handy weg. Nein, bitte nicht. So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Einfach zur Seite weiterfahren. Alles gut. Helm ist auf. Perfekt. Guck, da kommt die Polizei, Digga. Lass die Polizei mal abschirmen, Digga. Einmal abschirmen. Einfach weiterfahren. Alles gut? Überlückbar. Okay. Alles gut, alles gut. Wir gehen rüber. Hey, nicht hupen. Hallo, wir haben einen Hollywood-Star hier. Bitte nicht hupen. Fenster runter. Wir haben einen Hollywood-Star hier. Bitte nicht hupen. So, wir biegen gleich rechts ab. Wir kommen jetzt gleich auf die Schildergasse. Das heißt, wirklich eine ganz enge Formation bilden. Keine Fotos. Einfach weiter, einfach weiter. Wir brauchen einmal Platz ganz kurz hier, bitte. Sorry, 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 sorry. Einmal ganz kurz. Danke schön. Die Herrschaften hier vorne einmal ganz kurz Platz machen, bitte. Sorry. So, Vorsicht einmal. So, Vorsicht. Packt ihr einmal euer Handy weg, bitte. Einmal Handy bitte runter. Handy runter, danke euch. In der Tasche lassen, super. Klippe hier. Sie möchte Krepp, komm. Nein, keine Fotos. Sorry. Bitte keine Fotos, tut mir leid. Das sind ganz gute Sänger. Ja, ist der Liefer. Ach so. Mal schnell, ja? Okay. Dankeschön. Jungs, komm, wir müssen rüber. Ich mach's jetzt mal fix. Jetzt hier mal ran. So, einmal. Ist das Dua Lipa? Da hat wirklich jemand ein Foto mit ihr gemacht, weil sie dachte, das wäre Dua Lipa. Nicht lange fürs Abholen, das ist da nebenan. Jaja, wir haben einen Hollywood-Star hier, mein lieber. Wir müssen halt auch gucken, wo wir sind. Das ist unser Job. Einmal weitergehen. Hollywood-Star aus Los Angeles. Klapp. Einfach weitergehen, Jungs, danke. Keine heimlichen Bilder. Wenn ich Feierabend hab, ruf ich dich mal an. Na, bitte, du bist hier am Arbeiten. Dankeschön. Knapp. Danke euch, ne? Klaschentuch, Handkerchief. Vielen Dank, vielen Dank. Hallo. Dua Lipa von Hollywood. Wollt ihr ein Foto? Komm, Jungs, ein Bild könnt ihr machen. Komm, ein schnelles Foto. Nicht anfassen, einfach nur ein Selfie machen schnell. Du auch, komm. Schöne Weihnachten euch, ne? Auf der Seite, danke schön. Vorsicht, 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 Vorsicht. Auf der Seite, danke schön. Vorsicht, Vorsicht. Näher ran. Laufen. Vorsicht, 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 Vorsicht. Vorsicht, einmal zur Seite. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, jetzt wird's hier einmal ein bisschen enger. Vorsicht, Philippe, Vorsicht, Vorsicht. So, die Damen hier vorne, einmal Platz, bitte. Wir haben hier Hollywoodstar. Ich würde kein Security in der Welt rumschreiben, wir haben hier Hollywoodstar. So, Vorsicht, jetzt einmal ein bisschen Tempo. Jetzt machen wir mal ein bisschen Tempo nochmal hier. So, Vorsicht einmal hier vorne, bitte. Entschuldigung. So, sorry, einmal bitte zur Seite, danke. So, Vorsicht, Mädels. So, vorsichtig, vorsichtig. Weiträumig abschirmen, hinten bitte auch. Okay, nur 10 Sekunden, dann kommt keine Zeit. Schnell Bilder machen. Zusammenkommen, Theo. Okay, wieder reinkommen. So, wir gehen einfach durch, durch die Truppe. So, Vorsicht. Einmal ganz kurz hier, ganz kurz einmal. Ganz kurz einmal. Ticker, der Blick. Hier ist Dua Lipa, Hollywoodstar. Hallo, hier ist Dua Lipa, Hollywoodstar. Wir schirmen sie gerade ab. Kannst du mal Bescheid sagen, wen du getroffen hast? Das ist der unangenehmste Security der Welt. Entschuldigung, Dankeschön. Dankeschön. Okay, und rein. Dankeschön, sorry, geht immer. Ganz kurz, sorry. Dankeschön. Bitte einmal runter hier, danke. Einmal rein. Wir holen noch was. Was mehr zu haben? Cheeseburger? Wollen Sie einen Cheeseburger? Einen oder zwei? Einen. Cheeseburger, danke. Schnelles Foto, schnelles Foto, komm. Foto? Okay, komm, wir gehen wieder raus. Cheeseburger, auf geht's, komm. Geh bitte. Dankeschön. Warte mal. Vorsicht, 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 Vorsicht. Einmal ganz kurz. So, hier bitte nicht raus und gerade. Rüber, rüber, rüber. So, stopp, 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 sorry, danke. Vorsicht, 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 Vorsicht. Dankeschön. Das ist so dreist, Alter. Ich habe euch einen Weihnachtsmarkt gemacht. So, kommt, Leute. Entschuldigung, danke schön, danke schön, Entschuldigung. Sorry, Hollywoodstar. Dankeschön, Dankeschön, Entschuldigung, Danke. Vorsicht, Vorsicht. So, hier vorne, einmal kurz Platz machen, bitte. Sorry. Sorry. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Einmal Platz hier vorne, bitte einmal ganz kurz Platz machen. Danke schön, Entschuldigung, danke. So, komm, komm, komm. Keine Fotos, einmal hier durch, einmal Platz, danke sehr. Vorsicht, keine Fotos, komm, keine Fotos. Danke schön, Entschuldigung. Keine Bilder, gar nichts. Das war gut, Alter. Die nervigsten. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Nein, 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 sorry. Nein, nein, sorry, sorry. So, hier nicht. Mal kurz vorstellen, dass hier nichts passiert. Das wird immer dreistisch. Danke. Entschuldigung, danke schön. Mama, Mafia, Mafia, Mafia. Die sieht hier und sagt Mafia, Mafia, Alter. Was denn? Schulladen. Schulladen? Welch Schulladen? Hier? Ein Foto-Notur. Ja, aber dann schnell bitte, ja. Wir gehen raus. Okay, wir gehen raus. Sorry. Entschuldigung. Sorry. Das hier in der Mitte ist die Freundin von Theo, den TikToker. does da, das starts date. Das ist alles Los, wir gehen raus. Wir gehen raus. Also, wie soll die Freundin hymneout